Doch die meisten hohen Beamten des vertriebenen Yan Wen erkennen seine Autorität nicht an. Einige verweigern sogar den Kotau, die vorgeschriebene Unterwürflichkeitsgeste bei Hufe. Noch in hundert Generationen werde Judy der Makel des Osorpators anhaften, heißt es. Judy, dessen offizieller Name nun Jung-Leh, immerwährende Freude lautet, begegnet offenem Widerstand. Der ranghöchste Beamte, der die Regierungserklärung vorbereiten sollte, verursacht einen Eklat. Prinz Jodin, ich weigere mich entschieden, euch zu dienen. Meine Loyalität gilt dem rechtmäßigen Kaiser. Er hat das Mandat des Himmels nach den Prinzipien unserer Ahnen. Mit dem Putsch haben sie gegen diese ewigen Prinzipien verstoßen und beschwören Verderben und Chaos herauf. Als Kenner der Gesetze und der Ordnung weißt du bestimmt, welchen Verbrechens du dich schuldig machst und somit auch, welche Strafe dich erwartet. Als Ratgeber des rechtmäßigen Kaisers bestand mein Verbrechen darin, ihm nicht rechtzeitig geraten zu haben, euch zu vernichten. Das ist die Schuld, die ich zu tragen habe. Das ist Hochverrat. Du verdienst die Strafe eines Verräters. Durch tausend Schnitte sollst du langsam verbluten. Der Beamte bleibt nicht der Einzige, der seine Prinzipientreue mit dem Leben bezahlen muss. Zerfressen von Misstrauen gegen die gebildete, hoch angesehene Beamtenschaft ordnet Jung-Leu eine grausame Säuberungsaktion an. Nicht nur loyale Beamte fallen der Gewalt zum Opfer. Jung-Leu nimmt sogar ihre Familien in Sippenhaft. Die Zahl der Opfer geht in die Zehntausende. Die menschenverachtende Kampagne sichert Jung-Leu den Thron. Doch die Worte des Beamten verfolgen ihn wie ein Fluch. Denn trotz seiner militärischen Erziehung teilt Jung-Leu die traditionellen Werte der chinesischen Beamten. Er findet keine Ruhe, denn an ihm nagt die Gewissheit, sich sein Mandat mit Gewalt und Terror unrechtmäßig angeeignet zu haben. Hinzu kommt die Angst vor dem gestürzten Yan Wen. Vielleicht lebt er noch. Sind er auf Rache? Hat er noch Anhänger, die ihm nach dem Leben trachten? Jung-Leu beschließt in seine alte Residenzstadt Baiping zurückzukehren. Beijing, nördliche Hauptstadt, wird er sie nennen. Und als Zeichen seiner Macht soll dort der gewaltigste Palast entstehen, den die Welt je gesehen hat. Die verbotene Stadt. Abbild des Himmels auf Erden und unmissverständliches politisches Statement. Für alle Zeit soll jeglicher Zweifel an der Rechtmäßigkeit seiner Herrschaft durch diese überwältigende architektonische Demonstration beseitigt werden. Jung-Leu verliert keine Zeit. Umgehend beginnen Heerscharen von Arbeitern mit dem Abriss der alten mongolischen Paläste in der neuen Hauptstadt Beijing. Die Verantwortung für Entwurf, Planung und Durchführung des epochalen Projektes hat ein Mann namens Ruan An. Er ist ein hervorragender Architekt. Und er ist ein Oinu. Dies ist die richtige Stelle. Ja, Herr. Mit der Berufung eines Kastraten in das Hohe Amt begeht Jung-Leu erneut einen Tabubruch. Denn Jung-Leu's Vater hat noch wenige Jahre zuvor den Ausschluss der Oinuchen von allen Staatsämtern verfügt und die Verwaltung des Reiches in die Hände der gelehrten Beamten gelegt. Doch Jung-Leu misstraut den Beamten. Er braucht die Oinuchen als seine loyalen Verwalter. Er umgibt sich mit einem Hofstaat aus Kastraten, die jeden seiner Befehle bedingungslos ausführen. In der chinesischen Geschichte ist das nichts Neues. Wir verfügen die Errichtung des Dumpfers. Viele Herrscher machten sich die Abhängigkeit der Oinuchen zunutze, die außerhalb der Paläste für ihre Verstümmelung, die ihnen das Geschlecht nahm, verachtet wurden. Meist wurden sie als Diener bei Hofe und als Wächter über die kaiserlichen Konkubinen eingesetzt. Doch durch Jung-Leu gelangen sie in einflussreiche Positionen und damit in Konkurrenz zur traditionellen Beamtenschaft. Jung-Leu fördert ein System aus Bespitzelung, Misstrauen und Günstlingswirtschaft. Es ist ein Spiel mit dem Feuer. Aufgrund der Nähe der Oinuchen zum Herrscher, zum Thronfolger, zu Kaisern und natürlich auch zu den kaiserlichen Konkubinen, kam es oft zur Herausbildung von politischen Allianzen, ja sogar zu Verschwörungen, in die dann die Oinuchen natürlich als sehr substanziell Beteiligte mitverwickelt waren. Und das ist also häufig in der chinesischen Geschichte passiert. Und man spricht hier von sogenannten Oinuchen-Katastrophen, wo es dann auch zu Mord- und Totschlag- und Fraktionskämpfen gekommen ist. Oinuchen waren meist Kriegsgefangene, die zur Erniedrigung kastriert wurden. Die Kastration war eine historische Konstante in der chinesischen Kultur. Daher beherrschten die Chirurgen den Eingriff so präzise, dass nur zwei von hundert an den Folgen starrten. Auf Mitleid konnten Kastraten nicht hoffen. Du stinkst wie ein Oinuch, spottete der Volksmund. Oinuchen litten unter peinlichen Schwierigkeiten beim Wasserlassen. Die einzige Möglichkeit, trotz der Verstümmelung zu Ansehen und Auskommen zu gelangen, ist eine Karriere am Kaiserlichen Hof. Einer, dem dieser Aufstieg beschieden sein sollte, ist der vietnamesische Kriegsgefangene Ruan An. Die Berufung zum Baumeister der verbotenen Stadt ist für Ruan An die Chance seines Lebens. Und zugleich eine kaum zu bewältigende Herausforderung. Zwar unterstehen ihm die herausragendsten Experten auf dem Gebiet der klassischen chinesischen Architektur. Doch es geht nicht um den Bau eines prächtigen Palastes. Es geht um das Abbild der himmlischen Ordnung auf Erden. Bis heute ist der Masterplan Ruan An's erst auf den zweiten Blick zu entschlüsseln. Die Weltanschauung einer jahrtausendealten Kultur spiegelt sich in jedem Federstrech des Architekten wieder. Die Hauptstadt Beijing besteht aus einer Reihe von Rechtecken. Das innerste Rechteck ist die verbotene Stadt. Dann folgt die Kaiserstadt, umschlossen von der Stadt Beijing. Diese Form reflektiert die traditionelle chinesische Vorstellung, wonach die Erde viereckig ist und der Himmel rund. Die Residenz des Kaisers bildet den Mittelpunkt der Erde in einer Linie.